Heyo Leute, willkommen zurück zu Amnesia, mit Domi im Lagerhaus. Mit Domi im Lagerhaus. Ausrüstung, okay. Ich bin übrigens sehr erfreut darüber, dass sämtliche Videos, die sie in irgendwelchen Foren verlinkten, entweder gelöscht oder Fehler 404 Geht nicht. Okay, ich bin wieder hier. Ich gehe jetzt die Tür nochmal auf. Okay. Irgendwann muss ich ja auch Explosionszeugs herstellen, das irgendwie... was ich gerade gehört habe. Ja, irgendwas Explosierendes. Man kann sich diesen Gang zerlegen. Ich dachte nicht mehr. Ich habe noch nicht ganz raus. Hä? Schon wieder? Was soll das manchmal? Weiß ich nicht. Ja, aber... Hier ist nichts. Ey, mein Knochen ist immer noch da oben. Ey, Knochi! Wie viel? Nur die anderen nicht. Ja, aber ihr isst nichts. Nichts. was ich habe da oben verpasst. Also, der beste Commentar... also das beste, was ich gefunden habe, ist halt echt dieses... äh, zweitens im Lagerhaus muss man... agri-pass-Explosivstoff zusammenmixten und vor dem zugeschütteten Weg platzieren. ja wo muss ich das nächste frage im lagerhaus das steht doch da eindeutig ja wo bin ich keine ahnung im lagerraum lagerraumhaus sonst gibt es hier nichts haben jetzt play gefunden mit dem wo sind die verdammten stäbe ja das ist genau das was wir uns gut passt wenn ich hab das dass das ich habe mich nicht so gut ich habe mich nicht so gut der früh ist die ganze zeit mit angestellter lampe an genau so hier ist ein raum den ich war die aber auch nichts ist nicht gut er hat diesen komischen exklusiven zunderstoff aber wo hat er den her hier ist rausgefunden ja was denn du kannst dir den border nehmen dieses fass stecken teilweise fülltes zeugs also und dann aus der exklusivstoff okay das ist das was du brauchst ja da musst du es vor irgendeine geröllwand packen ja ich weiß schon welche wir fallen auf anhieb zwei ein also wir fallen auch zwei ein kurz mal heilen das ist ein bisschen besser der fackel dann gehe ich da runter nehmen das zeug hier stehe nicht zu dichter effusion kaput jetzt riko kaput 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 interessant ich habe zufällig was gerade erinnert was kriegst du hier ein neues gefäß ich weiß schon wieder was für deine körperliche gesundheit kriegt ja naja das monster wird uns irgendwann jagen von daher würde ich es vielleicht sogar brauchen vielleicht gut hell wer wird wer wird nach uns vor Ort okay jetzt sind wir jetzt ein stück weiter gekommen ja das ist hier müssen irgendwo die stäbe sein nein wollte alle zerstören ja das sieht gerade wirklich cool aus irgendwie siehst du das jetzt nicht mehr mir sieht es gerade voll cool aus noch eine tür ich muss jetzt erstmal das weg und dann okay du findest ja jetzt einfach die stäbe ne das ist ja klar ja 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 da 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 wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist das sieht von hier wands hier w sitio w Aerith D service Nein, nicht jetzt! Geh weg! Sehr schlechter Zeitpunkt. Deine Meinung. Sind wir hierher gekommen? Weiß es nicht. Nein, weiß nicht. Wir sind da gekommen, oder? Ich habe die Hälfte der Zeit gerade nicht auf das Fliege geachtet. Wir sind da gekommen. Da ist noch was! Es ist noch nicht weg. Gute Nachricht. Gute Nachricht, ich habe es nicht verpasst. Ja, ja, du bleibst da unten, ich bleib hier oben. Was? Äh, ja. Was soll jemand das war? Was bist du eigentlich? Au! Nomi! Nichts heißes anfassen. Warum kann ich das überhaupt anfassen? Was ist los? Hm, sollte ich einfach mal ins Feuer fassen? Ja, okay. Warum kann ich das überhaupt hinfassen? Oh, ich habe eine Theorie, was ich machen muss. Du auch? Oh! Oh! Ich habe meine Theorie. Siehst du das da? Nicht wirklich. Ja, kann man durchgucken. Siehst du das da? Ja, das ist irgendwie so ein hellerer Pixel. Aber... Übrigens heißen die Dinger, äh, Trinity, äh, Stäbchen und Co. Das heißt, ich weiß wofür sie sind. Trinity Dampfstaub. Vier Phasen Amplitude, oh. Der letzte ist wahrscheinlich für einen Kreis. Weil die Links sind nur so nope. Du bist kein Ninja, also lauf da hin. Nini! Nee, Ninja. Nein, nicht wirklich. Der ist wahrscheinlich der schlechteste Ninja, den ich je gesehen habe. Nini, 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 nini. Wie komme ich da jetzt durch? Schrockenfreund. Beklauckpor. Rrrrr. Brrrr. Versteckst du dich kurz? Ohhh... er ist vor der Tür Schatten kippt das bildest du dir ein du bleibst draußen der macht die Tür kaputt er hat die Tür kaputt gemacht das schwein ich glaube wir hier ist jetzt noch da nein hä was denn die Tür kaputt macht es reicht ihm ich habe eine Kiste und ich werde sie benutzen was ist der Fick die muss vorbeilaufen oder danke ähm die und er ist tot hier kommen wir nicht her das Spiel ist gut programmiert ok was ist denn er hat die Tür kaputt gemacht das reicht ihm jetzt ja der ist 50 Sekunden genau von mir wo ist er hin das ist das meme nein das ist ja ja nehm ich mal kurz mit wenn es nicht ok ist ok cool da sind lalalala lala lala lala個 wo kommt er her Der kann sich doch beamen! Ui, ich kann nicht rumlaufen. Hä, was ist denn? Ich versteh dieses Monster nicht. Alles klar. Einfach vorbei. Einfach vorbei. Kannst du bitte laufen? Wie komme ich vorbei? Das geht's mir eigentlich so. Oh, schön. Ja, das ist ja gar nicht so gut, wenn du die ganze Zeit auf dem Monster starrst. Ist doch klar, oder nicht? Ich kann aber nicht schlecht weggucken. Nice, Poppers! Hast du gesehen, wie er Kissen geschoben wird? Wo ist er? Ich seh überhaupt nichts Spiel. Hä, ist das nicht guselig? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hä? Wir lieben die Zuschauer. Wir machen das wirklich nicht auf Zwang. Er ist halt einfach da und dann ist er weg. Hä? Hä? Jetzt darfst du auch nicht mehr rumschreien. Feierlich. Wie war das mit Türen, die in beide Richtung aufgehen? Ja, die nicht. Oh, eh! Den habe ich komplett ignoriert. Jetzt kann ich nicht mehr rumplätschern. Auge. Ist irgendwie heiß, oder? Ich verstehe die Stellung nicht. Ich weiß nicht, was das zu tun hat, dass das Gesicht auf dem Knie hat, aber... Ja, das sind 69. Jedem das sein, oder? Ja, sieht gesund aus. Alles noch halbwegs normal, denke ich. Ich verstehe die Türen nicht. Wie geht es mir eigentlich jetzt so? Ja, ein bisschen besser. Huh! Ich habe ihn im Maschinenraum. Okay, machen wir das noch? Wir reparieren den Aufzug noch und dann was mit dem Part. Ich hoffe, das darf nicht noch. Ich glaube, ich muss noch die Stellberein machen und dann den Hebel ziehen, oder? Danke. Speedrun. Da, 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 da. Boah. Du bist fast gerutscht, so schnell warst du. Ja, hast du gesehen. Okay, wir haben hier einmal... Trinity. 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 Stromkreislauf. Das sehe ich nicht, das... Und 4 Phasen. warum sich einfach schön gepackt haben mit vier vasen weil sie auch nicht sie machen oft auf die auf das ding einfach in vierten kreis und links gemacht haben und löst diese scheiße jetzt mal in englisch nicht versteht ja ich sehe dann punkt wird die funktionieren diese teile ja es ist so anstrengend gott wenn sie einfach aus nichts auftauchen ich schaue mit der jetzt nicht raus ja das ist einfach schlecht ist alles schaden nehmen wo du Geh weg doch, wenn man wegläuft Ja Was? Ach komm schon Langsam reicht's damit Ja, wir haben wohl nur noch einen Weg Raus Und zwar Äh, Ende des Parts Ich wollte gerade sagen, zwar im nächsten Part Wie geht's mir eigentlich so Ist okay Gut, 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 gut Ah, der ist gelöst Ah, ich schenke Okay, okay, okay Gut, danke fürs Zuschauen, Leute Was gefallen hat Like Abo Abo Und das Zeug Das, was gefallen hat Bis zum nächsten Part Und tschüss 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 Tschüss